Und Koffer! Mathe 2, Kampfgruppe 156, Masur Erfurt gegen Safran Dessau. Mathe 2, Freundschaftskampf, Masur Erfurt gegen Safran Dessau. Mathe 2, Masur Erfurt gegen Safran Dessau, Freundschaftskampf. Ich möchte mich bei allen Sportfreunden für das hohe Maß an Disziplin noch mal recht herzlich bedanken. Nur so könnten wir das so zeitgemäß durchführen. Das ist jetzt auf Warte 2 der letzte Kampf. Vielen Dank für die Disziplin, dass alle Trainer Übungsleiter so gut mitgemacht haben. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.